Aufstehen! Mom, du auch da versprochen! Das willst du doch anfangen! Was ist denn los hier? Na toll, Dad ist tot. Hast du etwa schon wieder dieses Sandwich gegessen? Sandwich. Das 3-Meter-Sandwich hat sich kaum verkürzt. Ich werde es bei mir aufnehmen. Jetzt isst du schon seit über einer Woche an diesem komischen Ding, die Mayonnaise hat schon eine ganz andere Farbe. Noch 60 Zentimeter und es passt in den Kühlschrank. Uma, das habe ich hinter dem Heizkörper gefunden. Das solltest du nun aber wirklich wegwerfen. Vorschlag zur Kenntnis genommen. Marge, ich möchte mit dem Sandwich bitte einen Moment allein sein. Sag mal, willst du das etwa essen? Ja. Du siehst ja furchtbar aus. Das ist mir egal. Ich will jetzt endlich zu Duff Gardens. Nun... Es ist so kalt. Deine Lippen sind total blau. Du solltest zu Hause bleiben. Nein! Duff Gardens! Hurra! Ich finde es wirklich sehr nett von euch, dass ihr die Kinder so kurzfristig zu euch nehmt. Wir amüsieren uns schon, stimmt's Kinder? Um zu Duff Gardens zu kommen, würde ich sogar mit dem Teufel paktieren. Das nenne ich Kampfgeist. Bis heute Abend. Mach's gut, Dad. Und iss nichts Festes. Ich möchte endlich mal was Festes essen. Ohne dich macht's keinen Spaß, Dad. Yay! Es ist alles nur deine Schuld. Es... Wie kann ich mir nur erlauben, wütend auf dich zu sein? Mach's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020